Hallo ihr Lieben, bei dem heutigen Quick-Tipp aus dem Gartengemüsekiosk, da geht es um die Zucchini. Einige von euch haben uns gefragt, was sind das für Flecken auf meinen Zucchini-Blättern? Ist es Mehltau? Wir können euch beruhigen, es ist kein Mehltau. Diese Flecken sind sortentypisch und es muss eigentlich so sein. Also einfach weiter wachsen lassen, ein bisschen Geduld haben und dann über die üppige Ernte freuen.